Ich bin hier in Shadow Porn Kloster. Jawohl. Schauen wir mal, was mich hier erwartet. Bin ich ja gespannt, ey. Oh, geht schon los. Ob das jetzt so eine gute Idee war, okay. Sehen wir heute mal, ne? Aber die sehen können wir ja nicht. Das ist ja ein Vieh. Oh mein, man, ist ja schwer. Wo, 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 wo. Oh, na, ist das so, na? Eng gemessen aus hier? Was geschaut? Soll ich mir meine Finger mal abfallen hier? Ist alles gut sonst. Oh, hab ich jetzt hier schon über halbe Stunde schon fast gewartet, ey. Ist ja endlich mal so schön hier reinging. Ach, hier ist auch das Quest zum abgeben, siehst du? Schön. Na komm, wollen wir mal, ja? Ich zeige euch meine Mara. Komm zu mir schlange. Schaaannn. San, wer diese Einzelnen verlicht. Hmmmm. Jetzt ist das ein bisschen wie an. Jetzt ist das ein bisschen wie an. Ja, aber, aber... Hehehe... Sooooo... Das ist schon ganz schön. Kritisch hier, muss ich sagen, ne? Mit dem Leben. Ein bisschen... kritisch. Ach so, du Amelmas, oder was denn jetzt? Hallo? Das sind ja jetzt Arsch-Töter. Hm. Hallo, hallo, wir machen mal was. Das ist ein Blitzgebäld, was soll der mal raus, glaube ich, weil da zieht ein ganz schönes Leben vorteil. Was ist denn die Feine? Äh, was ist denn jetzt? Äh, was ist denn jetzt? So, ich jetzt die Schlange killen, aber was ist denn jetzt? Dann ist das aber nochmal, die Energie freitasetzen. Ah, leider, leider. Ne, wird schon passen nicht, glaube ich. Ihre Energie ist mächtig! Oh, ich... Oh, ich merke schon. Mächtig, mächtig. Mächtig gewaltig. Ach, das ist ja eine Schede hier, Schede hier. Ja. Ach, Mensch. Lass mich nicht im Stich! Doch! Muss ich ja! Ich glaub, hier bei dem, wo man trefft, wird sich nix halten. Oh, alter Schwede, ey! Sowjetze. Warte, jetzt. Warte, jetzt. Warte, jetzt. Warte, jetzt. Warte, jetzt. Warte, jetzt. Komm, 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 komm her. Ah, weiter geht. Schon ganz schön. Wenn das herrutsch ist, so... Ist ja noch heftiger hier. Oh, endlich ist rumgefallen. Brauche ich nicht. Haben wir... Versagt. Ja, wir haben versagt. Bist du ein Pecherbo hier? So, jetzt sehen wir die Schaudinger. Sehen die einen Connor oder was? Weiß was ich. So, warte, jetzt. Im Takt. Auch mal Zeit. Boah, mein Lieb ist schon oder so... Oh, ich bin sogar so im Sterben hier, glaub ich. Oh, ich weiß nicht. Ich bin schon ein bisschen sterberisch. Hahaha. Das hat immer so viel auf einen Schlag hier, ey. Das ist schon ein Hammer, ne? Ein Heiler schaffst du das noch? Ein bisschen mehr zu heilen, oder? Ist eh weniger jetzt, ne? Gib's auf, ey. Ach, du Scheiße, ey. Jetzt mal warten hier, warte, soll ich sagen. Müssen wir mal warten. Was hab ich denn da... Ja, schön. Da liegen wir so rum, ne? Mhm. Wir liegen so rum. Ach, du, oh Gott. Das ist doch noch ganz schön groß hier, ne? Wenn man so guckt. Richtig groß. Hallo. Hallo, Ressi. Ress. Ein bisschen Ress senden wir ja nicht schlecht. Bürgegeister ordnen auf Kuwek. Ja, mach mal. Ah, danke. Danke. So, jetzt lass mich doch erstmal wieder was essen hier. Irgendwas scheint trotzdem nicht zu stimmen. Also schön. So. Könntet ihr mal warten? Das wär ja so geil gewesen jetzt. Echt ohne Scheiß. Wenn's immer warten würden, die Leute. Ach, das wär schon schön gewesen. Na ja, was soll's. So. Bitte mir folgen. Na ja, wenn's nicht so alt ist. Ach, hätt ich mich jetzt auf Freitier hocken sollen? Oh fuck, das muss ich noch machen. Ach, das ist wenn das erste Mal hier drin ist, gell? Man blickt schon richtig... ...nicht so durch. Hup! Beinah! Boah! Boah! Komm, schnell, schnell, schnell! Reit, 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 reit! Immer reit, immer reit, immer reit, immer reit! Jaaaa! Ihr habt zugelassen, dass das Schal nach all diesen Jahren wieder erwacht ist. Cool. Wie lange wird denn das gehen ja, he? Erstmal nicht. Naja, bissl hier muss schon mal aufleben, glaub ich. Mensch, jetzt hört halt auf mich immer zu ärgern hier. Was soll denn das? Bin schon gleich wieder im Arsch. Mensch, jetzt hört halt auf! Oh, ich bin echt im Knall! Ja, was ist eigentlich da? Da hat die alte Schuhe hier hinter mir. Oh, mach doch mal Platz jetzt hier. Da hat die alte hier schon. Ich bin echt im Knall bei allen, ey. Was ist denn jetzt los hier? Okay. Ach, ich finde nicht schlecht eigentlich, ne? Aber... Schauen wir mal! Bleiben mal da, Zippel... Mensch! Mensch, was ist denn jetzt los hier? Mensch, blieb wohl da, Mensch. Oh, er fällt mir die Finger ab, die Finger fallen mir bald ab. Ist es jetzt gut hier? Oh, ich glaub schon. Oh, was soll ich jetzt machen? Wie sollen denn ihr folgen hier, hat er gesagt, ne? Immer schön diesen Stern folgen. Oh, ja. Weiter geht's. Weil geht's im Kampf, am Kampf geht's weiter. Ach, scheiße. Ich bin schon wieder am sterben. Oh, Mann. Das ist schon ganz schön hart hier, du. Na gut, ich komm da noch mal bei, ne? So, auf alle Fälle, ne? Ist hier ganz schön was los, ey. Also, ich bin, äh, auch voll im Kampf, ey, voll im Kampf, ey. Voll im Kampf, ey, ey. Shit. Na wohl, ja, von Vorhörern, wenn es so ein Scheiß. Hm. Soll dich blöd jetzt, hä? Oh, Leute. Kann ich's machen, oder wie, hä? Hm. Hm. Ich hoffe, der nimmt noch auf jetzt. Hm. Jetzt hör ich, ey. Na gut, ich komm da noch mal vorbei. So, ich hab schnell das Teil reingesteckt, dass ich das Akku hier, halt immer so piepen muss. Oh, jetzt haben wir hier das riesen Monster, ey. Wie ist denn das überhaupt? Schau, der Gewalt, ey. Wow. Oh, ich bin schon wieder am sterben. Oh, nein. Ich krieg einen Knall. Was für eine Scheiße. Komm, heil mich doch mal heiler. Was ist denn jetzt, ey? Soll ich dich heiler hier? Heilerkraft, die wir denen, ist jetzt aber auch nicht hier dabei, ey? Wir müssen aber heilen, Mensch. Mann, Mann, ey. Okay. Ich muss mich mal zählen, wo ein bisschen vor mir her. Ich weiß aber. Ist schon ganz schön, dann könnte ich ja mit schon der Gewalt. Ja? Na jedenfalls. Ist ja nun mal viel, dann hab ich Level 90, äh, 18% hab ich jetzt. Ja, es wird langsam. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es dann irgendwann noch ein neues CDchen gibt. Da müssen wir schauen, ne? Online-Kauf wieder, was sonstiges. Aber die hätten ja auch 100%. 100%. Ah, shit. Gleich machen können, ne? Normalerweise. Und nicht mit 5 Löffel davon gehen. Hm, naja. Müssen wir sehen. Ob es dann mal noch was gibt, oder nicht. Ach komm, jetzt geht er kaputt, du Frecker. Haben wir es, oder was? Ach, nicht. Da fahr ich ihn überhaupt nicht, ey. Es war auch gar nichts für mich dabei, ja, ey. Biss jetzt ja Mäuse mögen. Na, was soll's? So, nicht so schlimm. Hab's auch ein paar prozentig gemacht. Ja, ich mach doch schon... Wir folgen die doch alle. Wir sind nur am folgen, die ja was da ist. Ab hier bitteschön mir folgen. Ach, der hat... Okay. Bauen wir doch glatt. Wir folgen die ganze Zeit schon. Hm. Hm. Stimmt, wir folgen dem die ganze Zeit schon, ne? Da schwebt die so. Was ist das für einer? Der schwebende Spiegel. Ach nee, das ist kein Spiegel. Ah. So. Oh, ist ja Misch. Schön. Ach, aufsetzen, aufsetzen. Sie sind... Was ist denn jetzt? Soll ich runter springen oder was? Oh, Gott. Oh, Gott. Okay. Hier machen wir doch alles. Wir haben alles. Hier springen wir doch gar runter hiermit. So. Hier rauf, hier rauf, hier rauf. Okay, okay, okay. Alles klar. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Klappt das, ne? Klappt das? Ja, Spaß hat auch ein paar Lädel zu killen, ne? So, jetzt geht's wieder los mit Action. Action! Was ist denn hier runter von diesem Fiesch, Mensch? Oh, komm her! Ah, hier geht wieder, ey. Wird schon mal ein bisschen erstwingen. Langsam auf Deutsch, ne? Bisch langsam, müssen wir manchmal wirklich runter holen. Naja, was soll's. Man gibt sich Mühe halt, ne? Ja. Oh, Gott, das Beste da ist. Macht doch mal was, hallo. Oh, eh. Schööönen treff auf. Ja. Ja, jetzt. Die Maschinen treff auf. Ach du, ob sie Quests geben oder wohl? Kann man schon abgeben, Mensch, die ist ja klasse. Ja. Jawoll! Und wieder aufsitzen! Oh nein, hier ist noch was zu mitnehmen! Und wieder aufsitzen! Ich komme! Sorry, dass ich so langsam bin, aber... Da kommt auch nichts dazu! Oh, die Scheiße! Braucht ihr noch mit oder was? Scheint nicht zu hören! Oh, Scheiße! Scheiße! Ja, aber ich halte jetzt noch Fehler! Ja, das war mein Fehler! Ich weißte, wenn du einmal hier was falsch machst, gell? Ein bisschen leider nope, schreiben sie hier! Hm, schlimm eh, echt schlimm! Ich bin leider da! Na ja, ich konnte es leider nicht beenden! Es war halt doch ein bisschen zu blöd hier bei dem Dungeon! Haben sie mich rausgeschmissen! Ich hätte eigentlich gern hier die... ...die Quest abgegeben noch! Aber okay! Sollte nicht sein, ne? Na ja! Pechholt! 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 Ist das ärgerlich, ey! Ist das ärgerlich! Bist einmal ein bisschen zu blöd, weißt du? Schauen sie dich raus, ey! Die Bösen! Hä? Na ja, was soll's! Der Wilde war da! never раз. Hhhhh… Jetzt versuche ich so ja, so einen Weg hier, zu finden, zum Erschreckensöde! … Un bisschen so, Ma, k Auden, ein bisschen… ridesvit! Na! Na? Gutey, ne Leute! War schön! Bis zum nächsten Mal! Tschö pytanie!